Hoho, also wir nix mit den Planzern besiegen oder wie ist das? Alles klar, Brüderchen, wie sieht's aus da vorne? Wo war es das? Der Palast von St. Bevel, heart of Yevon. Gramps, los geht's! Easy, kiddo. Bevel's defenses are top-notch. What's the matter, Gramps? You scared? Yuna's there, so we go and get her! And that's all! Heh! You got guts? Garlo inca do Bevel! Team, come up, yevon! Nunca! It'll take a while to get to Bevel. Meanwhile... We prepare for battle! Allzeit kampfbereit, so lobe ich mir das. Tidus, das war wirklich ne Kampfansage. Was macht Seymour alive? Wir haben ihn nicht in Makalania gebraucht? Er ist tot. Wie tot wie Jiskol war. Seine Attachung zu diesem Welt hat ihn von der nächsten. Oh, schrecklich. Heheheheh. Yuna must be trying to send him. Wonder if that'll work. Perhaps he won't expect it. I'm glad Yuna's okay and all, but what's with those fancy clothes? It's called a wedding dress. What? What? The city of Bevel is built on the water. There may be underwater fighting. You or Riku should study your magic. Just in case. Ah, okay. Wir sollten Zauber lernen. Ah, okay. Super. Tipp. We're being attacked from within. Some of the Guado that attacked home must have snuck on board. You're awfully calm about it. I am calm about most things. Fiends. There's nothing to do but... But destroy the ship and all go down together. Huh? Huh. You gotta learn a little restraint, Pops. If you crash the ship, We can't go rescue Yuni. Leave the Fiends to us professionals. Yeah, let's go. Thanks. Riku, you've made some very good friends, I think. Good luck. Danke. Wir werden den Schokobur schon juggeln. Weißt du doch, wir sind Profis, Rin. Wir haben schon so einige Bäschen besiegt. Und es geht noch viel, viel weiter. So. Komisch. Hier müssten eigentlich sogar, glaube ich, schon Monster auftauchen. Aber hier kommt kein einziger. Oh, jetzt ist es ein Schokobur. Wow, das ist großartig! Was ist das? Der Schokobur. Der Schokobur, Evre. Der Schokobur, der Schokobur von Bevelle. The Red Carpet has teeth. Wait, that means we're close to Bevelle. Riku, you read me! We're gonna fight that thing! Get off deck and show him what you've got! Go! There he goes again. The ferryman asks a high price. Na, alles klar. So, vorher natürlich erstmal speichern. Wir sollen das Ding nämlich jetzt bekämpfen. Na, das wird doch lustig, oder? Tja, denkt man sich. So, ah, badabadab, Oren, 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 Oren. Also, es war jetzt übrigens Zufall, dass jetzt wirklich keine Kämpfe hier kamen auf ein Airship. Also, wenn ihr wirklich noch trainieren wollt und an diesem Punkt des Spiels zu schwach seid, dann könnt ihr wirklich nach unten gehen und ein bisschen da rumrennen im Schiff. Denn da gibt es wirklich Random Battles. Es ist einfach nur jetzt luckily so gekommen, dass jetzt einfach gar kein Battle mehr kam. Aber ist uns ja theoretisch aber auch vollkommen Wurst, weil wir sind ja sowieso, naja, stark genug. So, Ausrüstung ansehen. Mal schauen, hast du jetzt diesmal irgendwas Schönes? Ja, ich finde nicht. Wir müssen bezahlen, wenn wir, ja, aber keine Ahnung, wenn wir verkacken, dann geht ihr auch drauf. Ja, passt schon, ihr kriegt das schon hin. Ja, und Rin hat recht. Wir werden das schaffen, denke ich. Wir müssen uns aufhören, wir müssen uns aufhören, aber wir können sie nicht zu weit entfernen. Dann wollen wir mal, Kampf gegen Efrae. So, Flugschiff manövrieren. Die Entfernung zwischen dem Flugschiff und Efrae kann man mit den Extra-Befehlen sich nähern und sich entfernen verändern. Dieser Befehl ist nur für Shadox und für Rico verfügbar. Nachdem er der Befehl eingegeben ist, bewegt sich das Schiff, wenn Sid am Zuge ist. Der Extra-Befehl kann im selben Menü rückgängig gemacht werden, falls Sid bis dann den Zug noch nicht ausgeführt hat. So, was machen wir? Wir machen erstmal schön Haska. So, Rico, du darfst gerne klauen. Nessestein, Nessestein ist übrigens ein schöner Spell. Ähm, Orin, hau einmal drauf. So, du haust auch nochmal drauf. So, und du haust erst recht drauf. Perseusblick. Oh, dankeschön. Wofür hatten wir nochmal die Albert-Medizin, die auch Stein kurierte? So, davon haben wir 99 Stück, also passt alles. So, allerdings wollen wir auch mal die anderen Charaktere ran an den Speck lassen. Ähm, so, ähm. Allerdings ist jetzt mein Dings weg, schade. Oh, warte mal, wir haben den schon so viel abgezogen, dass er jetzt im Hasszustand ist. Na, das ist ja mal interessant. So, wir haben jetzt einfach mal... Oh ja, stimmt, er hat nur noch 9700 HP. Ähm. Was mach ich denn jetzt? Äh. Haben wir normaler Hit. So. Wenn er diese Pose macht, dann sollte er sich lieber schleudigst entfernen, denn sonst geht die nächste Attacke, ja. Sonst, ja. Sonst macht er den Hauch und ein Hauch ist jetzt nicht so cool. Ähm, naja. Nicht so schlimm, wir machen einfach... Ja. Ne, wir holen einfach mal Lulu rein. Lulu! Du sollst ja auch ein bisschen XP kriegen. Bio! So, bist du zwar immun gegen, aber scheiß drauf. Wir können ja jetzt einfach wieder Dings reinholen. Warte mal, war Walker schon dran? Weiß nicht, ob Walker schon dran war. Ansonsten kann Walker mal einen richtig petten Ball werfen. Super! Flammen-Torpedo-Ball! Los geht's! Oh! Er ist nicht tot. Ah, das ist sehr gut. Dann kann man den ja wunderbar mit einem Saltoe finishen. Um... Mmh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Your resolve is admirable. All the more fitting to be my lovely one. Stop! Do you not value your friends' lives? Your actions determine their fate. Protect them, or throw them away. The choice is yours. You are wise. The choice is yours. Oh, 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 oh. Kill them. I am sorry, but it is for Yevon. Aren't those weapons forbidden by Yevon? There are exceptions. No! Throw down your weapons. Let them go, or else. Leave now, please. You're coming with us! Don't worry, go! This is foolish. If you fall, you'll die. Don't worry. I can fly. I can fly. Believe. Yevon! Yevon! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Yuna ist wunderschön für uns! Was macht eine Machina im Tempel? Ich denke, es kommt in Hande. Das ist nicht was ich meine! Die Teachings! Was ist die Teachings? Hey, nicht auf mich! Oh, walka walka walka! Was? Haben die das mittlerweile so gemacht, dass man nicht mehr in diesen Raum zurück kann? Also in der normalen Version kann man wenigstens noch zurückgehen und diesen Speicherpunkt da hinten benutzen, aber den haben sie scheinbar jetzt komplett... Ja, ist wie gesagt entfernt, beziehungsweise nein, haben die nicht! Lüge! Und zwar... Das Lustige ist, wenn man einmal runtergefahren ist und wieder hochfährt, dann kann man da hin. Vorher aber nicht. Ein weiterer Machina? Mann! Also das ist Yevans wahrer Gesicht. Sie betrachten ihre eigenen Übungen. Sie betrachten uns wie Dürbungen. Oh je, oh je! Oh je! Genau, los geht's! Aber wir sollten hier nicht dieses Albed-Lexikon vergessen, denn das kann man hier schnell übersehen. J wird zu V. Die Lust ist nun ein Albed-Vnuwakun. Yeah! Was soll man das einmal... So, wir haben bis jetzt alle Albed-Lexikos eingesammelt. Das ist wirklich überragend supergut. Und ja, was wir jetzt machen, wir speichern hier an dieser Stelle ab. Ja. Und die Sachen haben wir mal bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde, und haut rein!